Musik Dieses Video wird präsentiert von Gamesplanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. So, jetzt haben wir es aber. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder viel zu spät. Kannst du dich noch an deine erste Erfahrung mit YouTube erinnern? Boah, ähm, meinst du jetzt das allererste Mal YouTube benutzt oder das allererste Mal YouTube ein Video hochgeladen und freigegeben? Das wäre jetzt die Frage. Ähm, so, was mache ich hier eigentlich? Ach ja, genau, ich wollte gucken, wann ich hier weg muss. Was ist denn das jetzt hier am Graben? Am Ringhof? Oh, ich habe eine Minute Verspätung. Yay, Verspätung. So, Eurotracker, das müsstest du nochmal bitte differenzieren. Dann kann ich dir dazu auch weitere Ausführungen geben. So, boah, ist der Bus lang. Aber bis jetzt gab es noch kein Problem mit diesem Rumgespringe. Nächster Halt am Graben. So. Erstmal Video. Ja, damit hast du jetzt... Damit hast du jetzt wieder zweideutig gesprochen. Das erste Mal benutzt oder das erste Mal freigegeben? Bitte antworten Sie jetzt. So, warte mal, ich stelle mir gerade hier auch die Facecam für den Stream nochmal besser ein. Also im Stream habt ihr Facecam, auf YouTube habt ihr bessere Qualität. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Ähm, oder guckt beides. So, weil hier verdiene ich nichts. So, ähm, ich gebe das auf und zu. Hm, ich gebe das auf und zu. Oh, ne. Oh, oh, ich dachte schon, jetzt wäre abgestürzt. Jetzt ist es abgestürzt. Nein. Oh, das ist so nervig. So. Da könnte ich ja wieder kotzen. Kotzen. Näh, näh, näh. Näh, 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 näh. Näh, näh, näh. So. So, das erste Mal freigegeben, sagt er. Okay, das erste Mal, als ich ein Video freigegeben habe, war ziemlich komisch. Weil, äh, irgendwie wusste ich nicht so ganz genau, was ich machte. Und das Video dauerte damals gerade noch, äh, dauerte damals noch 700 Minuten, um hochzuladen. Ähm, ja, das war, äh, damals habe ich es auch irgendwie komisch. Und dann musste ich jeden zweiten Tag, wollte ich ein Video rausbringen, das hat alles nicht funktioniert. Und ich hatte riesengroße Pläne und es ist alles in die Hose gegangen. Und, ähm, ja, es war irgendwie ganz komisch. Und dann meinten irgendwelche Leute, äh, kann das nicht. Und, hm, und, hm, äh, voll viele Dislikes am Anfang. Und auf einmal kam dann Omsi, angescheißert. Und, ähm, meinte dann, ja, näh, hier, ich gebe dir mal ein paar Abonnenten. Und dann ging alles wieder super weiter. So. So, äh, dda, 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 dda. Dda, um Sie late wieder. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Äh. Übrigens, wenn ihr da Pause seht, heißt das nicht, dass Pause ist. Äh. So. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. Ich hasse euch. Ah, es wird gerade schön wimmelig warm. So, wo war ich denn jetzt? Ja, ich habe wieder ein Steuerungszettmenü. Hallo. So, danke für das auf Facebook teilen, das finde ich cool. Facebook. Okay, los geht's. Okay, 1,4 Minuten Verspätung, ich habe wieder alle Informationen, die ich brauche. So. Nee, 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 nee. Nächster Halt, Kronprinzenstraße. Kronprinzenstraße. Okay. Volljahrs. Was war denn hier? Das ist ein fitter Manfred, der läuft sogar, das ist ja noch ganz was Neues. So. Oh, mir fällt auch gerade was auf, eine Sekunde. Nee. Ich nehme mal gerade hier wieder mein Dingens freimachen. Nicht freimachen, nee, nee, nicht freimachen sagen im Internet. Nee, das ist so. Alle Idioten drinne. Okay. Und ab geht die wilde Fahrt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nächster Halt, Hochstraße, Pressehaus. Ich sag mir nicht, dass ich da ernsthaft rein soll. Ich hasse es, ich hasse es. Ah. So. Was war? Nichts. So. Ich muss gleich los. Nach Innsbruck. Kannst du mir schnell deine Computereigenschaften sagen? Ja, kann ich. Ich habe ein paar Jahre alt. 4770K als Prozessor. Übertaktet von 3,5 auf 4,1 GHz. Als Mainboard ein MSI Gaming 5Z97 Chipsatz. Äh, oh ja, ich konzentriere mich hier gerade gar nicht. Äh, als Grafikkarte eine GTX 77 Winforce Edition. NVIDIA. Äh, irgendwie 5 TB an verschiedenen Datenträgern. Eine SSD mit 120 GB von Samsung. Ähm. Drei Monitore A1080P. Ähm. Einmal die Kurzstrecke. Mir fällt jetzt gerade mehr nicht ein. Warte, ich komme gerade rein. Hallo. Genau, Be Quiet Difter oben drauf. Äh, für den Prozessor. Nein, das ist doch schon dein scheiß Ticket selber. Ja, fick dich. Hallo. Äh, was habe ich noch drin? Genau, eine Netzwerktarte habe ich noch drin. Da habe ich 2 Gigabit Verbindung an meinen anderen Rechner. Ja, ich rendere ja direkt auf die Festplatten im anderen Rechner, wo nochmal über 6 TB drin sind. Ja, ja, ich habe ohne Ende Speicher, ich weiß. Ähm. So. Ja, das ist eigentlich so alles Grundlegende. Der Rest ist so killefick wie WLAN-Mäuse. Und das ist toll mit Monitoren. Nächster Halt, Rudolfstraße. Rudolfstraße. So, sonst irgendwelche Informationen, die ihr braucht? Oh nein. Oh Gott, ich habe schon gedacht, er wird abschmieren. Uh. Sehr herzlichen Dank, Herr Felix. Es ist gut, dass man meinen Nachnamen nicht weiß. Da wird man mich ja noch finden, ey. Ich warte immer noch drauf, dass mich einer erkennt, den ich, äh, den ich, äh, nicht kenne, der mich aber erkennt. Darauf warte ich echt noch. Ähm. Hast du eine Freundin? Ich glaube, Omsi gibt dir da gerade eine passende Antwort. Nein. Ähm. Was geht jetzt falsch? Jetzt sag mir nicht, dass Arlheim kaputt ist. Ach, komm schon. Das kannst du nicht bringen. Und Konzert mitmachen. Okay. Ähm. Ja, aber warum zur Hölle lässt das jetzt... Ach, Mann, oh. Das war alles scheiße. Ich speichere das jetzt mal. Schreib noch nicht mal, die Kacksau. Ja. Schön. Stürzt halt beim Speichern ab. Oh. Pause. So, ich versuche jetzt nochmal diesen Stand zu laden. Mal gucken, ob das funktioniert. Äh, ne, ne, scheiße hier. Da kann ich ja echt wieder kotzen. So. Also, ich probiere jetzt auf jeden Fall Arlheim nochmal aus, ob es jetzt lädt. So, hab jetzt mal gerade den Lüfter wieder ausgemacht. Das waren genug hier. So. Ah. Dann bin ich wieder. Ja, um sie ganz ruhig. Beim Starten hat er es dann normalerweise. Auch wenn er mal abschmiert. Oh. So, um jetzt schon Stand laden. So, jetzt ist der Lüfter auch wieder ausgegangen. So. Düm, 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 düm. Elf Zuschauer. So. Ich habe unser Fahrzeug geladen. Das kann dauern. Na, na, na. Dip, dip. Ah. Ja, mach's doch. Ah, die haben hier gespawnt. Bei der Kack spawren. Wollt ihr alle zu mir? Hallo. So, dann aber zackig hier. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. Ja, lauf. Einmal nochmal, bitte. Tschüsschen, Puppüsschen. Tür zu und losfahren. So, probieren wir das nochmal aus. Hallo. So, hintere Türe. Hintere Türe. Übrigens, ich habe auch heute meine Brille auf. Ja, nicht wie gestern Abend im Test-Livestream. So. Rudolfstraße. Wetten, dass er es nicht... Warte, ich muss gerade nachladen. Wetten, dass es nicht schafft, fünf Minuten nett zu sein und Fahrgästen zu sein. Ne, bin ich auch nicht. Ähm, ah. Wetten, dass du es nicht schaffst. Geht doch. So, mal gucken, ob er jetzt lädt. Das sieht nicht gut aus. Was geht denn jetzt falsch? Ich glaube, die Kachel hat Probleme. Okay, wartet mal. Spiel speichern. Livestream. La, 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 la. Jetzt hat er es noch nicht mal gespeichert, oder was? Ja. Ach ja, ich liebe technische Probleme. Vor allem auch noch im Livestream. Gar nicht peinlich. Ähm. Ja. Das ist ja super. Dreckswuchskacke. Dreckswuchskacke. Na, 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 na. Ah. Äh. Äh. Ja. Schließen. Muss ich jetzt wirklich die Map wechseln? Das ist dann immer geil. Das ist der Geist der Berliner Mauer. Aber echt, die sind alle nach Alheim gegangen, die Stücke. Und versperren da jetzt den Weg ungläubigen Busfahrern. Ähm. Zum Beispiel mir. Dobel mit demselben Bus. Sittingen. Leute. Ich versuche das jetzt zumindest. Jetzt nochmal. Der Omsi. Ja, der Omsi. Omsi ist kacke. Trotzdem spiele ich es. Ich habe jetzt auch so einen schönen englischen Kommentar bekommen mit, äh, du solltest in den Knast dafür kommen, dass du, äh, die KI, ich such den gleich mal raus. Warte. Ähm. Das war irgendwas, ich sollte eigentlich ins Gefängnis gehen und so, aus irgendwelchen Gründen. Und die ganze Scheiße. Ich, ich such das gleich mal raus. Warte mal. Ähm. Mal gucken, ob er was unter Livestream gespeichert hat. Ich weiß, dass ihr noch nichts seht. Äh, nö. Er hatte nichts gespeichert. Ja, super. So, und jetzt kann ich euch wieder dazuschalten. La, 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 la. Mhm. Kann ich das machen? Lassen wir das. Ähm. Oh Gott. Oh mein Gott. So, komm, genau hier. Komm, sie, in meinen Omsi. Wenn es knattert, wenn es brummt, fahre ich mit dem Omsi rum, bum, bum, bum. Das sieht nicht gut aus hier. Was mache ich denn falsch? Mann. Oder bin ich hier einfach nur falsch abgebogen? Nicht Pfosten. So, hier kam. Nee, nee. Nee. Nee, kann er gar nicht falsch abbiegen. Ah, hier hinter sehe ich jetzt auch nichts, was lädt. Das wollt ihr jetzt alle Dobel sehen. Ah, machen wir halt Dobel. Und dann, wenn du das nicht mehr so gut ausprobieren. Und dann, wenn du das nicht mehr so gut ausprobieren. Und dann, wenn du das nicht mehr so gut ausprobieren. Vielen Dank.